Icky, du musst mich hier ausholen. Unbedingt. Achtung, hinter dir. Wow. So, Tür zu. Und hier weg. Das ist das super Geheimversteck. Das kennt niemand. Super duper gut. Jetzt gehen wir hier weg. So, und wir treffen uns jetzt am Sandkasten. Mit Icky-Line. Das wird super duper cool. So, am schnellsten gehen wir einfach hier lang. Und hepp. So. Und hier an dieser kleinen Mini-Achterbahn entlang. So, da vorne ist auch schon gleich der Sandkasten. Und so. Im letzten Video, Freunde, haben wir diese fiesen Sonnenfamilie endlich eins über den Deckel gezogen. Und die sind jetzt endlich weg. Wir haben unsere Ruhe. Endlich. Jetzt kann ich mich in Ruhe mit Icky-Line treffen. La, la, la. So, aber bevor wir uns mit Icky-Line treffen. Hey, Freunde. Freut mich wirklich. Mega, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vergesst, auf jeden Fall nicht, jetzt schon mal den Kanal hier zu abonnieren. Und rechts immer auf die Glocke zu drücken, damit du ein Teil der Icky-Army wirst. Der coolsten Army auf ganz YouTube. Das würde mich super duper ultra freuen. Oh yeah. Und es würde mich auch freuen, wenn du dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben geben könntest. Dann wird man dich loben und es würde mich freuen. Und es würde mich auch freuen, wenn du hier in den Kommentaren etwas Liebes schreibst. Denn dann kann ich dich genauso grüßen wie die anderen Kommentare. So. Moment mal. Icky-Line? Hä? Das kann doch nicht sein. Da liegt die Puppe, die so aussieht wie... Icky-Line. Oh oh. Was bedeutet das? Hallo? Icky-Line? Sie... Sie... Sie rührt sich gar nicht. Da klingelt das Te... Oh oh, Leute. Wer könnte das sein? Wir gehen da mal ran. Moment mal. Zack. Hallo? Wer... Wer spricht da? Icky. Ich werde dich auch in eine Puppe verwandeln. Moment mal. Die... Die Sonne? Ich... Ich hab dich und deine Familie doch weggeschnetzelt. Ich habe überlebt, Icky. Und ich habe mir Icky-Line zurückgeholt als Puppe. Ich werde alle in Puppen verwandeln. Luki, den Bürgermeister und die Polizei. Einen kannst du retten. Wenn du dich falsch entscheidest, dann werden alle zu Puppen. Oh oh, Freunde. Ich kann mich jetzt zwischen einen entscheiden. Entweder für Luki oder für den Bürgermeister. Nein! Luki ist doch mein bester Freund. Und der Bürgermeister ist... Der Bürgermeister! Den brauchen wir! Was soll ich jetzt tun, Leute? Das ist eine Zwickmühle. Oh, ich muss nachdenken. Icky-Line, es tut mir leid. Ich muss jetzt Luki retten gehen. Oh, Luki! Bitte! Sei nicht verwandelt. Oh nein, Leute. Die fiese Sonne ist zurück. Und die hat jetzt alle verwandelt. Und sie hat sogar gesagt, dass sie diesmal auch mich verwandeln möchte. Oh oh. Okay, da ist das Haus von Luki. Okay. Wir müssen da jetzt ganz vorsichtig rangehen, Leute. Also, wir gehen hier so lang. Hep! So, ganz vorsichtig. Ich sehe jemand. Ah! Okay, da ist keiner. Jetzt gehen wir hier ganz vorsichtig rein. So, wir machen mal die Tür hier auch zu. Oh oh oh. Okay. Hier könnte nämlich überall die Sonne sein. Und die dürfen wir diesmal nicht sehen. Ansonsten wird die mich in eine Pumpe verwandeln. Oh oh. So. Ist sie hier irgendwo? Luki. Luki, wo steckst du? Komm schnell, zeig dich. Wir müssen hier dringend abhauen. Die Tür da ist offen. Meint ihr, die Sonne ist durch die Hintertür reingekommen? Und hat Luki überrascht? Luki! Schnell, komm runter. Geht's dir gut? Luki, bitte. Wo ist er? Luki, wo bist du? Luki, hast du dich hier versteckt? Oh nein, Freunde. Luki ist nicht aufzufinden. Ich hoffe mal, der wurde nicht verwandelt. Luki? Luki? Da ist ja gar... Luki, wo steckst du? Nein, ich mach mir Sorgen. Der darf nicht in eine Puppe verwandelt werden oder entführt werden. Ickilina ist doch schon in eine Puppe verwandelt worden. Oh, diese fiese Sonne. Wenn ich die sehe, werde ich die mit diesem Steinschwert sowas von vermöbeln. Aber die ist stark. Die kann mich in eine Puppe verwandeln. Wir müssen aufpassen. Aufpassen. So. Tür zu und abschließen. Okay. Wenn Luki nicht hier ist, dann muss er unten sein. Luki? Nee. Dann vielleicht draußen. Okay. Mal sehen. Luki? Nein! Er wurde in eine Puppe verwandelt. Die sieht aber ganz komisch aus, die Puppe. Oh nein, Leute. Die Sonne ist zurück. Und die will jetzt alle verwandeln. Was soll ich tun, Leute? Ich habe keine Idee. Oh, Mist. Die Hoffnung stirbt zuletzt, Leute. Wir müssen jetzt weitermachen. Mano. Stimmt. Wir müssen schnell zum Bürgermeister. Nicht, dass er auch noch verwandelt wird. Schnell. Ah, wir müssen ihn retten. Schnell, 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 schnell. Oh, wir müssen uns beeilen, Leute. Oh, die arme Ickilina ist da unten auch verwandelt worden. Oh nein, Leute. Diese fiese Sonne. Wir müssen die sowas von aufhalten. Okay. Und hepp. Und zack. Nein. Das. Das muss ein schlechter Schert sein. Der Kutscher. Der Bürgermeister. Und der Polizist neben dem Bürgermeister. Und die Polizisten hier auch. Roboter. Geht's dir gut? Was ist passiert? Wieso sind alle verwandelt worden? Die Alarmstufe Rot. Die rote Sonne ist zurück. Sie hat alle in Puppen verwandelt. Und sie ist auf der Suche nach dir. Sie hat mich nicht gefunden. Oh Gott, oh Gott, Leute. Habt ihr gehört, was der Roboter gerade gesagt hat? Der hat gesagt, die Sonne ist auf der Suche nach mir. Sie will mich verwandeln. Oh oh. Oh, ich glaube, sie ist hier bestimmt irgendwo. Roboter. Vielen Dank für deine Hilfe. Bleib hier versteckt. Du musst den Game Master finden. Der ist jetzt dein letzter Verbündeter. Er wird dir helfen. Okay. Vielen Dank für den Tipp. So, Leute. Der Game Master war das letzte Mal hier. Game Master. Psst. Bist du noch hier? Nein. Er ist nicht mehr hier. Wenn er nicht hier ist, dann gibt es nur noch eine Möglichkeit, wo er sein könnte. Genau. Am Hafen. Schnell zum Hafen laufen, Leute. Hallo, Biene. Süß. Oh, schnell zum Hafen, Leute. Wir müssen uns beeilen. Das gibt es doch gar nicht. Die Sonne hat einfach... Da sind Fieslinge. Moment mal. Und pang. Und... Die sind zu stark. Ich habe keine Ausrüstung. Autsch. Hilfe. Schnell weg hier. Die hat mich beinahe weggeschnetzelt. Und ihr Fieslinge. Und wer dufte. Und du auch. So. Das ist die Chance. Ich kann abhauen. Solange die im Wasser sind. Schnell, 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 schnell. Omega-Agenten. Hilft mir. Omega-Agenten. Da vorne sind Omega-Agenten. Die werden mir helfen. Oh, Omega-Agenten. Hilfe. Hä? Hä? Wo sind die Omega-Agenten? Die sind ja gar nicht mehr hier. Oh, oh. Was soll ich tun? Hier irgendwo muss der Game Master sein. Der versteckt sich doch immer hier. Aber wenn die Omega-Agenten hier sind... Wo zum Hacker ist dann der Game Master? Hey. Hey, Bauarbeiter. Du musst schnell abhauen. Die Sonne ist auf der Suche nach mir. Und sie verwandelt jeden, den ich kenne, in eine Puppe. Du musst schnell weg. Hast du den Game Master gesehen? Da drüben? Vielen Dank für den Tipp. Okay, Leute. Der Game Master ist hier irgendwo. Oh, oh. Das ist nicht der Game Master. Dich werden wir aber besiegen. Komm her, du Fiesling. Und... Pew, 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 pew. Bang. Zack. Und... Patsch, 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 Angriff. Wow. Junge, Junge. Das war ja krass. Okay. Hier irgendwo muss ein Geheimnis sein. Hier vielleicht. Ah, Mist. Vielleicht hier. Ah, ah. Hier vielleicht. Wir... Wir haben es gefunden. Geheim. Und eine neue Ausrüstung. Super duper. Okay. Dann lesen wir uns mal diesen geheimen Brief hier durch. Hallo, Icky. Wir brauchen deine Hilfe. Du musst die Sonne ein für allemal besiegen. Ich bin im geheimen Gefängnis. Oh, oh. Das ist ein Brief vom Game Master. Und er sagt, er ist im Gefängnis. Den Brief verstauen wir hier. So. Die Ausrüstung ziehen wir natürlich jetzt an. Super, Leute. Jetzt haben wir eine stärkere Ausrüstung. Oh, yeah. Okay. Der sagt, er ist im geheimen Gefängnis. Das kann doch nur da drüben das Gefängnis gemeint sein. Schnell hinlaufen. Und... Wie können wir hier lang? Okay, hier. Wir müssen hier rüber balancieren. So. Und da drüben müssen wir hin. Los. Okay. Da vorne. Da sind die beiden Fieslinge. Wir werden die jetzt aufhalten, Leute. Kommt her. Ich habe eine neue Rüstung. Lass den Game Master frei. Und... Und... Bang. Und... Und zack, 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 zack. Boom. Und gleich haben wir es geschafft, Leute. Nur noch ein bisschen. Ein wenig Action schadet doch nie. Pew, 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 pew. Wow. Wir haben sie besiegt. Schnell rein da. Game Master. Ich komme, um dir zu helfen. Game Master. Oh Gott, oh Gott. Was ist hier los? Das sind Puppen. Das sind Menschen. Die wurden in Puppen verwandelt. Okay. Und was ist hier? Psst. Game Master. Bist du hier? Noch mehr Puppen. Das sind die Menschen, die hier gearbeitet haben. Oh Gott, oh Gott, Leute. Wir müssen dringend was tun. Was ist da? Okay. Icky, ich bin hier. Game Master. Wo? Game Master, da bist du ja. Icky, du musst mich hier ausholen. Unbedingt. Achtung, hinter dir. Wow. Ah, die... Die Sonne ist da. Ich verwandle dich jetzt in eine Puppe, Icky. Es gibt keinen Entkommen. Ah. Äh, hallo? Äh, Game Master? Hallo? Hört mich jemand? Oh nein, Leute. Ich bin eine Puppe! Puppe!